Achso, hier hinten muss man wetten. Ja, da. Ist er tot? Ist er tot? Ja, der ist tot. Ich weiß nicht, was da. Ich weiß nicht, was da. Ganz ehrlich, hier hinten unten. Und wo steht der Panzer? Ach, nicht der Panzer. Ähm. Ich weiß nicht, was da. Wie wollt ihr eure Eier? Lasst mich nicht lang warten, denn sonst wäre er den Sieg gebraten. Weil er sind hier am abnippeln. Ja, der ist tot. Ist der Durchgang noch da hinten? Benutzen wir. Ja, hier den Panzer da. Ja, den puff ich ab. Was ist für diesen Tankwagen? Der sollte uns die Ablenkung bringen, die wir brauchen, Scott. Springen wir den Tankwagen. Nein! Wirkung, komm! Die gute Nachricht, es hat geklappt. Die schlechte, zahlreiche Gegner nähern sich ihrer Position. Mitchell, die MTWs brauchen sie, um die VIPs zu erreichen. Neues Ziel beim Parkhaus neu formieren. Bestätigt, MTWs sind angekommen. Wir könnten ein bisschen Deckung gebrauchen. Was ist für den Panzer? Oh Gott, da kommt der Panzer. Den. Pass ich ja so. Kein Panzer ab, der färslich machen. Feindlicher Panzer. Er. Wir könnten eine Karte dabei sein. Der Annual 1-1-3-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-7-7-6-7-6-7-7-6-7-7-7-6-6-6-7-6-6-6-6-6. oh da haben wir die jetzt gerade alle rum Die gute Nachricht, es hat geklappt. Die schlechte, zahlreiche Gegner nähern sich ihrer Position. Die VIPs zu erreichen. Neues Ziel beim Parkhaus neu formieren. Bestätigt. MTWs sind angekommen. Wir könnten ein bisschen Deckung gebrauchen. Unterwegs, Käpt'n. Okay, da kommt jetzt. In Position. In Bereitschaft. In Position. Feindlicher Panzer. Ein Glück. Der Panzer jetzt da stehen. Ja, ich finde, der rollt ein, wenn wir der da stehen. Ein Glück. Ich habe mir was ab dem Mittel nachgedacht, aber... Wie man sieht, ist das nicht der Fall. Ja, ich habe sogar noch alle drei Tüten bei mir. Ich habe noch alle drei Tüten bei mir. Na kommt schon, wer seid ihr denn? Hier bin ich! Hier bin ich! Entendet ihr, jetzt? Jetzt bin ich! Hier bin ich! Entendet ihr, jetzt? Man, die sollen mal alle abnüppeln! Wo sind die denn? Haben die jetzt noch von hinten oder wat? Kleine feurige Früchtchen! Oh mein Gott, wir lassen das jetzt sein! Bin ich noch da jetzt in diesem... Ist voll hässlich! Wenn ich noch da jetzt... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht... Ich habe jetzt... Das war's. Ich weiß, dass ich beim letzten Mal da reingerannt bin, weil ich voll verkackt habe. Ja, das ist nötig. 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 Ja, das ist nötig.